Johannes Oerding hatte beim alljährlichen Benefiz-Event, Kicken mit Herz, am gestrigen Sonntag, 3. September, mit Sicherheit die größte Unterstützung vorzuweisen. Eine größere Gruppe von eingefleischten Fans verfolgte jeden Schritt des Sängers, sang ausgelassen seinen Song, An guten Tagen, mit. Der im Stadion gespielt wurde, und hielt Plakate mit Aufschriften wie, Johannes, dein Trikot bitte, in die Luft. Ob Johannes Oerding dem Fan mit dem Plakat den Gefallen tat und ihm sein Trikot nach dem Spiel schenkte, ist nicht bekannt. Doch immerhin winkte der Musiker ab und zu in Richtung Fans, die dann begeistert jubelten. Es war der erste Auftritt von Johannes Oerding nach Bekanntwerden der Trennung von Ina Müller, abgesehen von den Konzerten auf seiner Plane, Open-Air-Tour, auf der er sich gerade befindet. Einen Tag zuvor spielte Johannes noch in Görlitz. Fuhr dann zusammen mit der Crew über 500 Kilometer mit dem Tourbus nach Hamburg. Nur um beim Spiel zugunsten der Kinderherzmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Kettendorf, Uke, dabei zu sein. Ob er fit für das kommende Spiel ist, fragt ihn der Berliner Kurier vor Ort. Fit ist ja relativ. Für einen Sonntag bin ich ziemlich fit, lacht. Aber ich komme gerade aus dem Tourbus und dass man da nicht immer so gut schläft, ist klar. Aber ich glaube, das laufe ich jetzt auf dem Platz alles raus. Also, es ist schon anstrengend, aber mir macht das auch viel Spaß. Fußball spielen erinnert mich ein bisschen an unbeschwerte Zeiten, wo man nur Fußball im Kopf hatte. Und das hier ist auch noch für eine gute Sache, also was gibt es Schöneres. Dass Johannes Oerding trotz Konzertmüdigkeit recht talentiert beim Fußballspielen ist, sieht man ihm bereits beim Aufwärmen vor dem Spiel an. Kein Wunder, Johannes wollte als Kind nämlich mal Fußballprofi werden. Aber ich habe dann schnell erkannt, dass es nicht dafür ausreicht. Irgendwann kam dann mit 14, 15 die Musik dazwischen und hat die meiste Zeit eingenommen. Und ich bin auch froh, dass ich mich für diese Leidenschaft entschieden habe. Am Abend auf der Bühne. Am nächsten Tag auf dem Fußballplatz. Ein ganz schönes Pensum. Was macht Johannes eigentlich so, um zwischen den Hochphasen mal runter zu kommen? Ich brauche keine abenteuerlichen Hobbys oder so. Ich freue mich, wenn ich zu Hause sein und entspannen kann. Gucke mir dann eine Serie an. Hole mir einen Döner und bin dann auch ganz gerne alleine. Apropos alleine. Vor einigen Wochen bestätigte Johannes gegenüber der deutschen Presseagentur die Trennung von Ina Müller nach 13 gemeinsamen Jahren. Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege. Einer Seite. Vielen Dank.